Das sind zu viel! Das sind zu viel! Hey du! So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt wieder das Samson G-Track dran. Und jetzt wollen wir einfach mal unten meine Schuhe. Jetzt spielen wir mal eine Runde Iron Sight. Und schauen wir mal was dabei rauskommt. Ich habe schon lange kein Video mitgemacht. Ähm, sie ist ja da schon wieder. So, gut. Wie gesagt, ich habe schon lange kein Video mitgemacht. Ich hatte vieles zu tun und vieles zu tun und vieles zu tun. Aber ich hoffe in Zukunft gibt es wieder einmal ein Video. Ähm. Ja. Ja. Ähm. Ja. Eben. Mal schauen in Zukunft hoffentlich. Ich habe kein Ton, Baby. Ich habe kein Ton, Baby. Ton, Baby. Das ist ein Scheiss, Baby. Boi. Tadam. 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 Oop. Oh shit, okay. Those goats. Natürlich voll den Anfang verkackt, oder? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hey, wie schlecht. Das ist unser Spawn, wenn es irgendwo da hinten kommt. Rock'n roll, baby. Niemand? Fuck, ich habe keinen Schuss mehr. Hey, ich brauche ein neues Gewehr. Bitch! Hehehe. Oder einfach da oben und das läuft. Wirklich nicht drüber. Verarschen. Wo sind die? Bitch ist da hinten irgendwo. Fuck, fuck. Juhu! Hey, bist du schlecht? Hehehe, was ist denn da alles gewesen? Oh, da bleibt ja noch. So grusig. So, weg, Tor. Öh. Oh shit, shit, shit. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Hey du. Glückliche Scheisse. Hehehe. Und du hast lange meine Mist starten eigentlich. Hehehe. Und die Babuskas. Nein, wie schlecht. Hei, wie schlecht. Was ist das? Halbert! Ja, baby. Ja, baby. Oh, warum fluege ich wie ich sieht, man? Ich verstehe einfach nicht, warum man bei Ironside am Anfang nicht richtige Match spielen kann. Warum man hier zuerst auf Level 10 gegen Pots spielen muss. Sind wir ehrlich? Pots? Also ich weiss ja nicht. Aber ich habe Geschüsse. Das ist nicht interessant. Hör doch auf. Komm. Die blöden Mann kommen jetzt um eine Ecke zu rennen. Oh! So schlecht. Wie schneidet man? Ich weiss nicht wie man schneidet. So. So. , müssen wir noch sch-sch-sch-sch-schnippern. Hey, ich habe Schnipperen gewählt. Jetzt muss ich zuerst wieder sterben, Mama, es geht wieder jahre. Hey, wie schlecht kann man sein, Mann? Weggebombt. Bam! Geil. Gut, jetzt sind wir zweit. Gut, ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen, also ich meine, in 10 Sekunden mache ich Fehl aus. Fehl. Ja gut, dann würde ich sagen, das wäre es gewesen für das Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht. Und ja, ich probiere in der nächsten Zeit noch ein paar mehr Videos zu starten, zu launchen, zu veröffentlichen, zu drehen, wie auch immer. Ähm, habe mir übrigens eine neue Kamera gekauft. Und ja. Canon G7X, sieht man das? So. Yeah. Geil. Und es wird jetzt viele geile Sachen geben. Auf Instagram, Link unten in der Beschreibung. Gebt mir einen Daumen, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR